Kurs halten! Angelica ist das Spiegelbild von Captain Jack. Sie wurde von Captain Jack ein wenig unterrichtet. Ich dachte schon immer, es wäre toll, wenn es einen weiblichen Piraten gäbe, der es mit Jack Sparrow aufnehmen könnte. Jack, warum steht immer etwas zwischen uns, wenn wir uns begegnen? Mit Angelica hatte Jack bereits früher Kontakt, doch es scheint nicht so, als ob diese Begegnung erfreulich endete. Was hattest du überhaupt in einem spanischen Kloster verloren? Ich habe gedacht, das war ein Bordell. Könnte passieren. Jack Sparrow hat mich betrogen und mein Herz gebrochen. Und jetzt werde ich persönlich Rache an ihn nehmen. Hast du die Quelle der ewigen Jugend gesehen? Verzeihung, wie war noch mal die Frage? Sie weiß, um zu bekommen, was sie will, muss sie sich etwas einfallen lassen. Das ist doch aber der Weg, oder? Das ist korrekt, aber wir sollten drumherum nach Osten gehen. Dafür ist keine Zeit. Du musst es ja unbedingt in Meerjungfrau mitschleppen. Die Meuterei war auch nicht hilfreich. Du läufst wie ein Mädchen. Da kenne ich noch jemanden. Das Wort Chemie bekommt eine ganz neue Bedeutung. Wenn man Johnny und Penelope zusammen in diesem Film gesehen hat. Hins bis zum bitteren Ende! Gib's zu, Jack. Du liebst mich noch. Wenn du eine Schwester und einen Hund hättest, dann würde ich den Hund nehmen.